Worauf können unsere Zuschauer sich freuen? Ja, wir werden, obwohl wir wenig Schnee haben, ein recht interessantes Programm anbieten. Es wird einen Sprungwettkampf geben, unser Leistungssportler, auf allen Schanzen. Danach werden wir einen Crosslauf mit einer Biathlon-Schießanlage anbieten. Wer sich dort versuchen will, leider ohne Schnee, aber man kann testen, wenn der Puls hochgeht, wie kann ich, treffsicher kann ich schießen. Es kann bei uns im Schnupperkurs, im Skispringen, wer sich das dann zutraut, durchgeführt werden. Wir haben Sprungski, wir haben Rutscher, wir haben Schuhe, wir haben Helme. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir freuen uns, dass das Wetter mitspielt und dass der Bad Freienwalder Wintersportverein es möglich macht, dass die Grundschule Käthe Päuwitz ihren ganz persönlichen Wintersporttag machen kann. Vielen Dank an den Wintersportverein! Dann haben wir einen Schießstand, einen Biathlon-Schießstand, so wie es hier ist mit Lebegewehre. Dann können wir Füxen abwerfen, dann haben wir einen Hingel. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.